Musik Hast du nochmal geschossen? Soll ich nochmal? Nochmal, nochmal. Erledigt. Die kann ich. Ja, dann schieße ich jetzt nochmal genau zwischen den Bäumen, da ruhig. Ah, okay, ziehe ich ein. Warte mal, warte mal, nicht schießen. Oh, nicht mehr. Ja, der ist an den kleinen Tonnen, an den kleinen Tonnen, an den grünen. Okay, einer ist weg. Was ist jetzt der andere? Ich habe irgendwie noch einen Mosin-Schuss oder so gehört. Ich denke nicht, ob er jetzt tot ist. Eigentlich im Sitz wird er auch da drinnen sitzen. Oder er hat den Eis drüber geschickt, irgendwie zu mir und ich habe es nicht mitgekriegt. Das war zerpissen. Kurzer Status, kann ich mich einloggen? Ne. Okay, schade. Ich weiß nicht, ob der zweite da noch drin ist. Ich sehe es nicht. Ach, äh, Reto ist gar nicht in der Baumreihe. Schießt von außen? Von außen, ja. Also er war eben dahinter, jetzt läuft er gerade davor so ein bisschen. Wenn du das da jetzt kurz safe hast, dann gucke ich mich jetzt hier mal um. Ich glaube, ich habe Mosin-Schuss gehört, das kann sein, also dass der hinter mir war. Ich gebe dir jetzt mal hier nochmal den Gnadenschuss. Okay, der hat den Puls mehr. Ach so, lass dich da mal kurz alleine, guck mal an mich kurz um. Langsam. Hast du die Baumreihe clear? Ich trau mich nicht so richtig rein, also ich bin jetzt hier immer... Hier, neben mir kommt er, neben mir kommt er. Kommt er dir? Okay, dann lock dich ein. Lock mich ein. Du bist, ähm... Ich, 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 sobald... Er ist auch Sniper, er ist auch Mosin, er steht echt bei mir. Sieht er dich? Er hat auf mich getroffen, er ist direkt neben mir. Ich bin gleich da, also ich hab... Wie weit ist es zu dir? Sechs, 600 Meter? Ich komme in eure Richtung, so ein bisschen rückwärts gerannt. Fünf, sechs, sieben, 600 Meter? 600, ja. 600, ja. Hast du, ähm, ist meine Leiche safe, also meine Leiche? Ja, also der innen, der ist tot. Ich habe den Puls gecheckt, der ist tot. Okay. Also ich laufe jetzt hier, die kreuzen gerade ein bisschen runter. Ähm, ich hab jetzt, ähm... Ich laufe aufs E-Field. Also wenn du jetzt in seine Richtung guckst, nicht auf den Schießen, der komplett schwarz gefällt ist. Ich ranne mich jetzt in seine Richtung hin. Ja. Okay, ich bin jetzt im Gap. Der ist bei mir in den Tannen, aber jetzt bin ich un-consumed. Okay, jetzt bin ich in den Tannen. Ich bin schon gleich online. Ich bin gleich online. Na komm, jetzt habe ich Lachse. Ich habe Verbände und Morphin, also ich kann nicht wieder aufheben. Ich muss kurz schnell gehen. Jetzt stirbst du. Ah, mach Dicken-Stress. Ich kann auch nochmal loofen. Wer ist sie? Nee, ich habe mich eingeloggt. Ah, nicht, dass die Mosin jetzt auf dich schießt. Wettbestimmt. Bist du tot jetzt oder immer noch was läuft? Nee, un-consumed. Okay. 4, 5, 6, 600 Meter. Ich weiß nicht genau, in welchen Tannen, da sind so viele. Na, direkt an der Ecke, wo die Kreuzung ist, wo sich die Straße da... Tollerer sein. Da war ich und da war er auch direkt neben mir. Direkt da, wo du gelegen hast. Ja, der denkt eh, ich bin tot. Also ich denke mal, ich werde auf jeden Fall gleich wieder wach. Ja, wenn du blutest, wirst du nicht wach, weil dann stirbst du gleich. Ah, mal gucken. Hoffe ich blut nicht. Liegst du da irgendwo? Oh, Alter, meine scheiß Gespunte. Punkt ins Tor hin. Okay, also ich habe Sicht auf dich. Er ist eine Mosin im Nacken. Schüsse. Oder? Noch ein Schuss. Benni, hast du ein Schuss gehört? Ich habe, nee, ich habe keinen Schuss gehört. Ich habe auf jeden Fall den, Benni, gekillt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht dich getroffen. Nee, ich lebe wieder. Ich lebe wieder. Okay, warte, bleib stehen. Bleib, ich gehe nach hinten. Warte mal, ich gucke mal, ob er tot ist. Oh, du hättest sagen müssen, rechts von dir. Da war noch mal ein Schuss. Ich habe den Schuss echt nicht... Kannst du mich, kannst du mich bandagieren? Ja, klar. Äh, lass mal hinter die Tanne gehen. Leute, ich check gerade das Airfield up. So, komm mal raus da ein bisschen. So, nicht bewegen, nicht bewegen. Morphin kannst du auch drücken, wenn du kannst. Gebrochene Beine. Bin ich dabei. Wisst ihr, welche Spieler das waren? Äh, nee, kann ich denen jetzt nicht sagen. Ich konnte nicht mal... So, äh, du tust es nicht mehr, oder? Wahrscheinlich Blacky. Nee, perfekt. Also Lego und Blacky sind bei uns in der Nähe, ne? Also es sind vier... Ich habe jetzt vier Leute geholt. Irgendwann reicht es. Alter, nice. Ja, das waren miese Handyhure. Raga Muffin. Lego Alpha. Er hat meine Mosin aufgenommen. Oh, der hat einen Salin-Bag hin gelegt. Kann den gar nicht looten. Mit Blaze hat der, der hat deine Mosin, ne? Kannst du den looten? Er ist... Warte. Ah, nicht... Ich muss dir mal seine Lächer rausschieben. Wo lag der andere? Ähm, der lag... Bei den letzten... Tannen, wo in deiner Baumreihe? Ne, ja, bei der letzten Tanne. Ab ihn. Nach dem Erdfeld, genau. Kannst du mal gucken, ob der was Tolles hat? Vielleicht eine Mosin, weil den hier kann ich nicht looten. Vielleicht geheidert aus Versehen oder so. Wir haben eine Mosin. Wir haben eine Mosin mit Long Range Scope. Oh, perfekt. Atlas, Bipod und Munition. Wahrscheinlich hätte er gleich verlassen oder so. T.T. und K.O. Pane through.